Hi Patrick, du hast hier ein sehr großes Feld aufgemacht, aber ein bestimmtes Thema hat mich besonders zum Nachdenken gebracht. Und zwar Twitter und die Debattenkultur. Da ich selber gerade relativ frisch auf Twitter unterwegs bin, will ich gar nicht mich so spezifisch auf Twitter selbst fokussieren. Ich fahre einfach mal mit der Prämisse, dass Twitter, was den politischen Diskurs angeht, Treibstoff braucht. Dieser Treibstoff wird von der politischen Berichterstattung zur Verfügung gestellt. Ich glaube auch, dass Twitter grundsätzlich stark gekoppelt ist an die politische Berichterstattung. Aber für den Start will ich mich auf die politische Berichterstattung fokussieren. Vorab möchte ich festhalten, dass obwohl für viele Menschen in Deutschland diese Art von Krieg sich neu anfühlt und sie daher vielleicht auch sehr emotionalisiert sind und vielleicht auch dadurch die Berichterstattung, wie von dir beschrieben, sehr vom Pathos geprägt ist und der Diskurs auch vom Pathos sehr dominiert wird. Es aber auch viele Menschen in Deutschland gibt, die einen ganz anderen Zugang zu Krieg und bewaffneten Konflikt haben. Ich selber bin ein Flüchtlingskind und bin auch aufgewachsen mit Menschen aus Kurdistan, Afghanistan, Ruanda, dem ehemaligen Jugoslawien, Syrien, Burundi, Somalia, Irak, Palästina, Libanon. Krieg, Bürgerkrieg, ethnische Säuberung. Diese Sachen sind in meinem und in dem Geist vieler meiner Freunde eine Konstante. Ich führe das zur Kontextualisierung auf, damit vielleicht bestimmte Perspektiven, die ich habe, für andere nachvollziehbar sind. Aber wie du schon in deinem Skit gesagt hast, sollten wir versuchen, der Versuchung zu widerstehen, die formale Inhalte zu rezipieren und die Inhalte in der Form selbst suchen. Also das sind in deinem Skit diese offenen Briefe angesprochen und eine daraus entstandene Debatte von Intellektuellen, ob man sie braucht oder nicht. Wie du schon gesagt hast, vereinfachen diese Briefe die Komplexität des Krieges auf einfache Handlungen und Prinzipien. In der Prämisse, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt und im groben Ziel ein Ende des Krieges, dass Ukraine Souveränität erhält, sind sich beide einig. Abweichen wird es in der Frage, wie viele Waffen liefern oder nicht und wie viele territoriale Kompromisse sollen gemacht werden oder nicht. Wie gesagt, ich möchte diese Briefe nicht inhaltlich bewerten. In ihrer Einfachheit verkennen sie wohl die diplomatischen und militärischen Praxis. Und da müssen wir auch ehrlich sein. In den bürokratischen Prozessen und informellen Strukturen von Behörden zu arbeiten, kann auch nicht von Intellektuellen in einem offenen Brief mit klaren Standpunkten wiedergegeben werden. Dafür sind internationale Beziehungen zu komplex, die Realität der Arbeit viel kleinteiliger, Situationen vollkommen neu, Umfelde viel zu dynamisch, als dass man an taktischen Punkten, wie Waffen liefern oder nicht, einfach strikt festhalten kann. Aber was mich sehr irritiert hat in diesem Diskurs, ist der Beitrag von Jürgen Habermas. Habermas hat am 28. April einen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht mit dem Titel Der Beitrag an sich ist eine recht nüchterne Analyse des öffentlichen Diskurses im Kontext des Ukraine-Kriegs. Habermas nutzt nicht viel Pathos, sondern argumentiert rational und zeigt dadurch, in wie vielen Dilemmata wir stecken. Anders als die offenen Briefe gibt er keine konkreten Handlungsvorschläge, ob Waffen geliefert werden oder nicht und wie genau die Verhandlungen aussehen könnte. Aber wieder zurück zu meiner Irritation. Im Zuge dieses ganzen intellektuellen Diskurses wurde Habermas auf die Seite der, ich sag mal in Anführungszeichen, naiven Pazifisten gestellt. So zieht beispielsweise Simon Strauß von der FAZ am 30. April einen Vergleich zwischen Habermas und Alexander Gauland von der AfD, der wohl gesagt hat, dass eine Atommacht wie Russland diesen Krieg nicht verlieren darf. Ich finde Habermas mit der AfD gleichzusetzen schon, ich weiß nicht, welche Worte ich dann benutzen soll. Eine traurige Stunde für den Journalismus. Denn ich habe mich gewundert, wie es sein kann, dass Habermas einfach mitkategorisiert wird. Wie so oft hatte ich gehofft, dass mir ein wenig Theorie als Denkwerkzeug helfen kann, die Situation zu beschreiben. Heute machen wir einen Crashkurs in Luhmanns Theorie der Massenmedien. Beziehungsweise speziell die der Nachrichten- und Berichterstattung. Zum großen Teil beruht es auf seinem Buch Die Realität der Massenmedien aus dem Jahr 1996, wobei diese Theorie sich über 30 Jahre entspannt. Aber das ist ein anderes Thema. Zum einen unterscheidet Luhmann zwischen Nachrichten und Berichten. Nachrichten sind ganz aktuelle Neuigkeiten mit einem Wahrheitsanspruch. Und Berichte sind nicht tagesaktuelle Informationen, aber auch mit einem Wahrheitsanspruch, der als Kontext für die Nachrichten dient. Bei Luhmann gibt es dann immer Selektionsoperationen. Die erste Selektionsoperation für Nachrichten und Berichte ist nach dem Anspruch auf Wahrheit. Also die Information, die ausgewählt wird, muss auch potenziell als wahr geglaubt werden. Für Luhmann kann auch Unwahrheit vorkommen, bleibt aber eher ein Einzelereignis. Ein System, das permanent die Unwahrheit kommuniziert, würde zusammenbrechen. Denn auf dem Unwahrheitsverdacht kann ein System mit seinen alltäglichen Operationsweisen reagieren. Kurz, das System ist sich bewusst, dass es eine Unwahrheitsvermutung gibt und kann die Unwahrheit relativ leicht überprüfen. Also grundsätzlich eine einfache Aussage. Nun kommt aber das Besondere bei Luhmanns Theorie. Bei den Nachrichten geht es dementsprechend nicht hauptsächlich um Wahrheit oder Unwahrheit als Code, sondern, da ja potenziell vieles innerhalb unserer Erkenntnishorizont wahr ist, muss jetzt eine zweite Selektionsoperation durchgeführt werden. Denn nicht alles, was grundsätzlich wahr ist, findet in den Medien und in den Nachrichten auch statt. Und bei dieser zweiten Selektion kann nun der Manipulationsverdacht auftreten. Diese zweite Selektion, welche Wahrheit wirklich mitgeteilt werden soll, führt aber inhärent zu einem Manipulationsverdacht, der ständig mitläuft. Denn Medien haben diesen Selektionsspielraum und diesen können sie für undurchschaubare Interessenslagen mit bestimmten Einflusszielen ausnutzen. Man darf ja nicht vergessen, bei Luhmanns schwingt immer die Negation mit. Jede Selektion für eine Nachricht ist auch die Negation von anderen Nachrichten. Und aus dieser Logik können sich Massenmedien nie befreien, weil sie einfach nicht alles mitteilen können, was potenziell wahr ist. Für die zweite Selektionsoperation der Massenmedien nennt Luhmann zehn Selektoren, die als Kriterien genutzt werden. Erstens, die Informationen müssen neu sein. Sie muss mit bestehenden Erwartungen brechen oder einen offen gehaltenen Raum begrenzter Möglichkeiten, beispielsweise Sportereignisse, determinieren. Zweitens, bevorzugt werden Konflikte. Konflikte haben als Themen den Vorteil, auf eine selbsterzeuge Ungewissheit anzuspielen. Sie vertagen die erlösenden Informationen über Gewinner und Verlierer mit dem Hinweis auf Zukunft. Das erzeugt Spannung. Drittens, ein besonders wirksamer Aufmerksamkeitsfänger sind Quantitäten. Quantitäten sind immer informativ, weil eine bestimmte Zahl keine andere ist als die genannte, weder eine größere noch eine kleinere. Und das gilt unabhängig davon, ob man den Sachkontext versteht, also weiß oder nicht weiß, was das Bruttoinlandsprodukt ist oder ein Tabellenzweiter ist. Der Informationswert kann im Medium der Quantitäten gezeigt werden, wenn man Vergleichszahlen hinzufügt. Außerdem gilt zusätzlich das größere Informationsgewicht der großen Zahlen, vor allem bei örtlich und zeitlich kompakten Ereignissen. Viele Tote bei einem Unfall, Riesenverluste bei einem Betrug. Viertens, wer ergibt der lokale Bezug einer Information Gewicht, vermutlich weil man sich im eigenen Ort so gut informiert weiß, dass jede weitere Information geschätzt wird. Fünftens, auch Normverstöße verdienen besondere Beachtung. Das gilt für Rechtsverstöße, vor allem aber für Moralverstöße. Aber auch für Verstöße gegen Political Correctness. In der Darstellung durch die Medien nehmen Normverstöße häufig den Charakter von Skandalen an. Sichtbar wird ein Normverstoß immer über die Abweichung von der Norm, denn nur dann wird mittels Nachrichten darüber berichtet. Da solche Abweichungen vom Norm das Publikum sowohl aufwühlen, aber auch im Sinne von Betroffenheiten oder Entrüstungen zusammenschweißt, kommen Normen erst überhaupt in unserem Erkenntnishorizont vor. Und dadurch stärken Massenmedien Normen, indem sie die Abweichung uns zeigen. Sechstens, Normverstöße werden vor allem dann zur Berichterstattung ausgewählt, wenn ihnen moralische Bewertungen beigemischt werden können. Wenn sie also einem Anlass zur Achtung oder Missachtung von Personen bieten können. Insofern haben Massenmedien eine wichtige Funktion in der Erhaltung und Reproduktion von Moral. Dies darf allerdings nicht so verstanden werden, als ob sie in der Lage wären, ethische Grundsätze zu fixieren oder auch nur den Moralpegel der Gesellschaft in Richtung auf ein gutes Handeln anzuheben. Dazu ist in der modernen Gesellschaft keine Instanz imstande. Weder der Papst noch ein Konzil. Weder der Bundestag noch der Spiegel. Man kann nur an den ertappten Missständen vorführen, dass solche Kriterien benötigt werden. Reproduziert wird nur der Code der Moral, also der Unterschied von gutem und schlechten bzw. bösem Handeln. Für die Festlegung von Kriterien ist letztlich das Rechtssystem zuständig. Massenmedien leisten nur eine laufende Selbstirritation der Gesellschaft. Eine Reproduktion moralischer Sensibilität auf individueller wie auf kommunikativer Ebene. Das führt jedoch zu einer Art Disembedding der Moral, zu einem moralisierenden Reden, das durch keine kontrollierbare Verpflichtung gedeckt ist. Die Vorstellung von Moral und ihren laufenden Renovierungen geschieht anhand von hinreichend spektakulären Fällen, im Vorführen von Schurken, von Opfern und von Helden, die Unverlangbares geleistet haben. Der Empfänger wird sich selbst typisch keiner diesen Gruppen zurechnen. Er bleibt Beobachter. Siebten. Um Normverstöße kenntlich zu machen, aber auch um dem Leser oder Zuschauer eine eigene Meinungsbildung zu erleichtern, bevorzugen die Medien eine Zurechnung auf Handeln, also auf Handelnde. Komplexe Hintergründe, wie den Handelnden motiviert, können nicht voll ausgeleuchtet werden. Wenn sie thematisiert werden, dann um Verdienste oder Verschulden zu verschieben. Achtens. Das Erfordernis der Aktualität führt zur Konzentration der Meldung auf Einzelfälle. Einzelfälle, Vorfälle, Unfälle, Störfälle, Einfälle. Gemeldet werden Ereignisse, die bereits passiert sind, wenn sie bekannt gemacht werden. Neuntens. Ein erheblicher Teil des Materials für Presse, Hörfunk und Fernsehen kommt dadurch zustande, dass die Medien einfach sich selbst spiegeln und das wiederum als Ereignis behandeln. Zehntens. All diese Selektionen werden verstärkt durch weitere Ergänze, dadurch, dass es Organisationen sind, die mit Selektionen befasst sind und dafür eigene Routinen entwickeln. Die Arbeit besteht in einem Einpassen von Informationen, die im System der Massenmedien schon weitgehend vorselektiert sind, in Rubriken und Schablonen. Für die Letztauswahl wählen dann Zeit und verfügbarer Raum, freie Sendeminuten, freie Spalten, eine ausschlaggebende Rolle. Die Operationen von Redaktionen sind also Selektionen von Informationen, die potenziell wahr sind, was im Grunde fast unendlich viel ist und wenden dann die von Luhmann beschriebenen Kriterien bzw. Selektoren an. Diese einzelnen Elemente werden dann aus ihrer Außenwelt gelöst bzw. dekontextualisiert. Das ist vereinfacht die Kernoperation von Redaktionen. Und wenn ich diese Perspektive ansetze auf die aktuelle Berichterstattung, wundere ich mich, wie wenig der Diskurs differenziert ist. Klar gibt es inhaltlich zahlreiche Berichte, aber sie alle laufen gefühlt immer auf zwei Pole zu. Der Diskurs wird im Grunde verdichtet in zwei Parteien bzw. die Partei für Waffen und die Partei gegen Waffen. Für die Partei für ein Gasembargo und für die Partei gegen ein Gasembargo und so weiter. Anscheinend selektieren die meisten Redaktionen nach einem Prinzip, dass der Diskurs in Pro- und Kontragruppen oder in Partei A und Partei B kategorisiert wird. Und das bringt mich zum Horse Race Journalism. Hier die Erklärung, was Horse Race Journalism ist von Jay Rosen, Professor für Journalismus an der New York University. It requires almost no knowledge either. It kind of imagines the campaign as a sporting event, right? And everything that happens in the campaign can potentially affect the outcome. And so you can look at it as, how is it going to affect the horse race? And every day you can ask, who's ahead? What is their strategy? And I think this perspective appeals to political reporters because it kind of puts them on the inside. You know, looking at the campaign the way the operatives do. Diese Betrachtungsweise kann auch für andere politische Berichterstattung angewandt werden, über den Wahlkampf hinaus. In einem aktuellen Interview in Übermedien ordnet Florian Zollmann, Senior Lecturer in Journalismus an der Newcastle University, die aktuelle Berichterstattung ein. So antwortet er auf die Frage, dass Medien gerade oft vom Ukraine-Helden Zelensky auf der einen und vom bösen Aggressor Putin auf der anderen Seite berichten und ob dieses gut-böse Schema ein Problem darstellt, wie folgt. Im Krieg versuchen alle Seiten, die Medien für ihr Narrativ zu gewinnen. Journalisten müssen aber die nötige Distanz zu politischen und militärischen Kriegsparteien wahren und im Nebel des Krieges die Aussagen aller Seiten faktisch einordnen. So sollte die Berichterstattung nicht nur Putin, sondern auch Zelenskys Aussagen kritisch beleuchten. In meinen Augen wird es immer problematisch, wenn man pauschal behauptet, dass die eine Seite so böse ist, dass Verhandlungen gar nichts mehr brächten. Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen sehr viel über die Waffenlieferung und Sanktionen gegen Russland gesprochen. Den Krieg, eher eskalierende Strategien, rücken damit in den Vordergrund. In den USA und auch in die Ukraine, aber vor allem in der Friedensbewegung, gibt es viele Stimmen, die sagen, dass es doch noch diplomatische Mittel gibt, den Konflikt zu lösen. Durch das Gut-Böse-Framing rückt es aber eher in den Hintergrund. Besser wäre eine friedensjournalistische Perspektive. Das Konzept hat unter anderem John Galtung entwickelt, der Begründer der Friedens- und Konfliktforschung. Galtung hat festgestellt, dass Journalismus in Kriegszeiten oft polarisierend ist. Er sich also auf eine Seite des Konflikts stellt. Medien gucken dann auf den Krieg wie auf eine Sportveranstaltung. Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Und im Prinzip ohne konstruktive Lösungen einzubringen. Ohne zu schauen, was sind die verschiedenen Interessen? Was gibt es für Lösungsstrategien? Und wie kann man deeskalierend wirken als Journalist? Aber hier kommt noch eine weitere Beobachtung für die Berichterstattung zu tragen. Laut Janine Zakaria, eine ehemalige Kriegsreporterin und Dozentin für Communication an der Stanford University, ist der Zugang an Informationen im Ukraine-Krieg eine Besonderheit. Wenn normalerweise ein Konflikt ausbricht, stürzen sich die internationalen Medien sofort drauf und die mediale Berichterstattung dominiert das Ganze, bis eine Lösung gefunden wurde. Oder es klar geworden ist, dass der Konflikt sich nicht wirklich schnell lösen lässt. Und dann ziehen die meisten Medien weiter. Der Ukraine-Krieg ist natürlich von unglaublicher Bedeutung. Und zu Beginn des Krieges war es für die meisten Journalisten relativ leicht, in das Land zu gelangen und dort auch mit Journalisten vor Ort zusammenzuarbeiten. Das unterscheidet sich signifikant von beispielsweise Reportern in Syrien und so weiter. Gleiches gilt für die Anzahl von Live-Tweets von professionellen Reportern bis hin zu ganz normalen Bürgern, die die militärischen Bewegungen und die Gräuletaten in Text, Bild und Video festhalten und so schnell mit Millionen Menschen teilen. Eine besondere Beobachtung, die sie gemacht hat, ist, dass punktuell in der Berichterstattung internationale Experten vorgekommen sind. Das hat ihr nochmal deutlich gemacht, wie sehr Infotainment die Nachrichten geworden sind und wie wenig die Redaktionen internationale Expertise vorhalten. Die Welt in ihrer Komplexität wird in der Regel nicht dargestellt. Denn hier kommen wir zu einem weiteren Problem in der Berichterstattung im aktuellen Krieg. Wie ich schon am Anfang erklärt habe, ist Krieg in seiner diplomatischen und militärischen Dimension hochkomplex. Es ist unglaublich ausdifferenziert und nicht einfach zu konsumieren. Ein guter Freund von mir arbeitet als Diplomat. Er meinte mal zu mir, in internationalen Beziehungen gibt es kein Objektiv und absolutes Richtig, kein Schwarz oder Weiß, sondern viele unterschiedliche Schattierungen von Grau. Und in einem Kriegsfall gibt es keine beste oder schlechte Lösung. Im Grunde sind alle Lösungen unterschiedliche Formen von schlechten Lösungen. Und wenn wir über Atommächte reden, gibt es definitiv eine ultimativ schlechte Lösung. Wenn ich das alles nehme, was ich bis hierhin erzählt habe, muss ich ehrlich sagen, dass dieser ganze mediale Diskurs, wie beispielsweise mit den Intellektuellen, mich ziemlich frustriert. Es werden unterkomplexe Debatten über irgendwelche offenen Briefe geführt, die alle einen pathetischen Wahrheitsanspruch haben. Und sowohl von den Redaktionen als auch von Social Media wird das Ganze so aufgebauscht, als ob ein Krieg auf dem argumentativen Schlachtfeld von beispielsweise offenen Briefen oder Twitter-Tweets gewonnen wird. Und jeder kann auch seinen solidarischen Beitrag leisten, den er mir beispielsweise auf Change.org für die eine oder die andere Petition abstimmt. Was sogar so weit geht, dass wenn man beispielsweise auf Twitter in einem Diskurs einsteigt, von einem erwartet wird, eine Position zu bekennen. Krieg im Spektakel der Gesellschaft. Als Beobachter von Beobachtern der Beobachter. Manchmal habe ich das Gefühl, das würde ich mir ein Sportevent anschauen, wo ein Kommentator wie beispielsweise Markus Lanz sich vermeintliche Experten eingeladen hat von einem offenen Brief Partei A und einem offenen Brief Partei B, die ja selbst nur einen Krieg beobachten, um so leicht verdaulich wie möglich die Informationen zu präsentieren. Und den Punktestand, den kann man aktuell auf Change.org nachlesen, wer zu mehr Zustimmung für seine Petition hat. So sehen wir taktische Züge wie die eine Gruppe hat gesagt, dass sie an ihrem Glauben festhalten, dass es keinen Frieden ohne Krieg gibt. Während dann die andere Seite mit der taktischen Frage kontert, wie nochmal Hitler besiegt wurde. Abgesehen davon, dass diese Argumentationen nur unterkomplex sind und nichts bringen, als das Spektakel aufzuheizen, sind das alles Doppelstandards, die vielen Menschen auf der Welt so vorkommen, als würde man ihnen einfach ins Gesicht spucken. Denn ich frage mich, warum beide Seiten nicht aufstehen, während Familien und Freunden in Afghanistan und Syrien im Stich gelassen werden? Warum es okay ist, wenn tausende Menschen aus Afrika einfach im Mittelmeer trinken? Warum beispielsweise Journalisten und Experten in Talkshow Aussagen treffen, dass die Menschen in der Ukraine westlich zivilisierte Menschen sind und dass anders als in anderen Ländern die Flüchtlinge hier wahre Flüchtlinge sind? Ich will hier nicht zynisch sein oder hier ein Whataboutism machen. Das ist eine Perspektive, wie eine Südhalbkugel gerade auf den Westen schaut. Aber in den großen Massenmedien findet eine verkürzte Diskussion in einfachen, gut-böse-Framings statt. Und wie du auch schon gesagt hast, Patrick, wird das in der Echokammer Twitter verstärkt und auch wieder zurückgekoppelt. Klar können wir die Form von Twitter kritisieren, dass es schnell dazu führt, dass Themen unterkomplex und einseitig dargestellt werden. Aber es gibt auch andere Medien, die man konsumieren kann. Beispielsweise ein Bericht in Politico, der versucht darzustellen, dass dieser Krieg im besten Fall zwischen acht bis zehn Jahre dauern wird. Das ist natürlich nur eine Annahme, aber diese Dimension findet in der aktuellen Debatte einfach nicht statt. Hier fühlt es sich so an, als ob beide Seiten so tun, als wäre der Krieg in den nächsten acht Wochen vorbei. Oder ein Bericht von The Conversation, das versucht aufzuzeigen, in welcher humanitären Katastrophe wir wegen dem Mangel an verfügbaren Nahrungsmitteln rennen. Und dass hunderte, tausende Menschen in den nächsten Jahren in Afrika und im Nahen Osten wahrscheinlich an Hunger sterben werden. Oder dass Putin eine Disinformationskampagne führt, dass der Westen schuld an diesem Krieg ist, was wiederum Öl ist für die Aufstände und daraus resultierenden Bürgerkriege wie damals auch im arabischen Frühling, der im Kern auch daraus resultiert ist, aus zu hohen Brotpreisen wegen zu hohen Weizenpreisen. Oder Berichte, warum Länder wie China, Israel und Indien im Grunde die halbe Weltbevölkerung differenzierter auf diesen Krieg schaut. Die Auswirkungen dieses Krieges werden wohl nachhaltig unsere globale Ordnung prägen. Ich kann verstehen, dass nicht jeder sich detailliert mit dem Krieg beschäftigen möchte, mit all seinen Facetten von Grau und mit der Erkenntnis, dass es eigentlich nicht die Lösung oder das eine Prinzip gibt. Aber für alle anderen, die sich gerne in Twitter oder im Privaten mit dem Thema beschäftigen, würde ich gerne dalassen, dass es auch sehr viel gute Berichterstattung gibt. Hier noch kurz ergänzt, neben den bereits zuvor erwähnten Experten und Medien seien noch Hans Kundani, Arvid Bell, Jung und Naiv, Foreign Policy, die sowohl die Vergangenheit als auch die Auswirkungen des Konfliktes deutlich kontrastreicher darstellen. Auch wenn es für viele Menschen gerade zu Recht sehr emotional ist, müssen wir die Komplexität unserer Welt anerkennen. Wie Habeck bei Lanz gesagt hat, wir fahren eine Schneise der Verwüstung mit unserem Handeln auf der Welt. Manchmal frage ich mich, ob Berichterstattung einfach zu sehr auf Aufmerksamkeitsökonomie abzieht. Ich meine, wie Luhmann erklärt hat, sie müssen ja nach gewissen Kriterien selektieren. Und wir als Empfänger selektieren ja auch nach gewissen Kriterien. Zumindest für einen Krieg sollte es auch die Hoffnung sein, dass die Medien anders kommunizieren sollten. Aber auf der anderen Seite, die Klimakatastrophe entfaltet sich mit seiner vollen Wirkung. Und dort werden auch Diskussionen geführt, wo man sich eigentlich nur einen Kopf packen kann. Also bleibt eigentlich die große Frage, wie schaffen wir als Gesellschaft, als Kollektiv aus so einem Horse Race Journalism auszusteigen und nicht die ganze Zeit in Gewinner- und Verlierer-Frames zu denken?